Damit ist es also offiziell. Es wird einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 geben. Zudem prüft die Regierung aktuell noch, ob man einen Notlagebeschluss erlassen soll. Hier für den Bundeshaushalt 2023 und auch 2024 mit Blick auf die Energiekrise. Also es bleibt an der Stelle spannend, wie es hier weitergeht. Denn man muss ganz klar sagen, die ganz einfach Ampelregierung ist hier irgendwo ein bisschen in die Ecke gedrängt. Auf der einen Seite will sie natürlich sozialpolitisch hier weiter vorankommen und im Großen und Ganzen vielleicht Versäumnisse der Großen Koalition aufholen. Gleichzeitig will sie natürlich die Klimatransformation hier durchführen, also der Industrie. Gleichzeitig haben wir aber einen dritten Spieler und zwar Christian Lindner mit der FDP, die in den aktuellen Umfragen schon so ein bisschen zermahlen sind. Muss man ganz klar sagen, nahe an der 5%-Hürde sind aus 11,5% gestartet. Die wollen natürlich finanz- und steuerpolitisch hier natürlich günstig wegkommen.